hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute soll es mal um das victorinox hiker gehen und das ist das gute stück und zwar haben wir hier die große klinge dann haben wir hier der dose öffner und dann haben wir die kleine klinge den kapsel heber mit schraubendreher und draht ab isolieren übrigens kann man da auch schöne dünne dräder biegel damit funktioniert also auch die nähtisch und bohr alle und den kreuz schraubendreher und hier den kehring ist ein kleiner nützlicher helfer dann haben wir hier noch der zahnstocher und die pinzette mit dem zahnstocher kann ich übrigens auch ganz schön klappmesser oder folder abölen das heißt ich den dann ins öl hin und kann dann ganz gezielt an die punkte wo ich will mein öl dran gehen funktioniert also wer den zahnstocher so nicht benutzen will kann den auch als aböler oder als ölhilfe benutzen übrigens wollte ich mal kurz zeilen mit meinem kind sparen das ist also jetzt die ausbeute von gestern wo ich die video darüber gemacht habe hier habe ich noch so ein bisschen anzündholz und ja das ist halt das zugeschnittene und rausgeschnittene was ich mir halt eben fertig gemacht hat und das war es schon ich hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten mal ciao